Ja wir können ja zwei Bühnen voll ausreizen. Ach Quatsch. Was machen das zusammen, das Auto? Nein, das will ich nicht mit dir machen. Jetzt hör auf rum zu jammern, das war so geplant. Ja, dann bauen wir den Wagen. Ja, entgibt keinen Wagen, wir bauen den komplett selber. Achso, ich hab gedacht wir haben schon so einen Wrack oder? Nee. Nein, Kaufmann, Rahmen. Heile. Rahmen war das, ne? Rahmen war der. Ja, so ein ganz langes Jahr. Eine Karosserie? Kann ich sagen, ich kann mich da im Moment gar nicht mehr drin aus, weil ich das nicht sehe. Ein paar Teile. Aber doch nicht, Antriebstrang auch nicht. Andere Hubteile. Rahmenstütze unter... Rahmen, hier ist doch einer. Kauf doch einen. Ja jetzt lass mich doch mal gucken hier. Ja. Äh... Ich hab acht Stunden Lieferzeit bei den Rahmen teilen. Ja, bestell mal. Nee, vielleicht bist du da? Ja, das ist richtig. Fahrzeug, wie du das Fahrzeug... Fahrzeug... Fahrzeug ist also eigentlich egal. Ich würde Titan nehmen. Guck du mal, das ist unter... Aufhängung. Im PC. Gucken wir doch einfach mal. Aufhängung. Mhm. Wo ist denn da doch da? Welchen willst du denn? Ja, Titan in der letzten Seite 4. Braucht mal zwei Teile, er hat vordere Teile und hintere Teil. Glaubt er das noch mehr? Wie lange dauert das bei dir? Da steht die Zeit dabei. Äh... Acht. Ach, bei dir. Wir brauchen aber vier Teile. Ja, aber erstmal nur die zwei. Nee, die Verbindungsteile brauchen wir auch. Die Verbindungsteile brauchen wir auch. Das ist richtig. Dann kannst du gleich mitshoppen. Dann holen wir eine Vorderachse, eine Hinterachse. Ne, Hinterachse geht mit. Vorderachse geht mit nicht. Dann brauchen wir noch die Achshub-Teile. Warte, warte, warte. Achsen. Hinten und vorne Titan, oder was? Was Achsen? Na, die Achsen. Hinten und vorne Titan. Ich weiß nicht, ob es für vorne eine Achse gibt. Ich konnte doch gerade eine kaufen. Fahrradantrieb, oder was? Ja, jetzt ist unterwegs. Das ist alles, was du gekauft hast. Ja, ja. Hast du noch gekauft? Ja, die Achsen noch. Und du hast den Rahmen gekauft und die Verbinder, oder was? Ja, und die Achsen. So, ansonsten hast du nichts gekauft. Soll ich noch was kaufen, oder? Ich bin gerade hier drin. Oh, Federn. Blattfedern. Schau mal. Fahren, wa? 12 Zoll rechte Seite, 12 Zoll linke Seite. Ich muss spontan behaupten. Oder? Jo, 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 jo. Warte am teuersten ist. Kau' ich. Kau' ich. So. Ähm. Dämpfer. Wie spät ist das bei dir? Äh. 1.06 Uhr. Okay, dann läuft zumindest das gleich. Aber die Pakete stimmen ja wieder nicht. Kann sein. Oh, da ist eine Lieferung gleich da. 12 Zoll. Ja. Was hatte ich jetzt für... Federn geholt. 12 Zoll. Brauchen wir Dämpfer auch 12 Zoll. Seite. Seite. Dann brauchen wir Spuk-Dämpfers. Oh, das ist richtig synchron mit den Teilen. Ich glaub das nicht. Scheiße. Okay, den verstärkt können wir wieder zurückschicken. Davon noch einen. So. Ähm. Querstabing braucht man definitiv. Da gibt nur Standard. Das ist schlecht. Achs nass geholt, ne? Jaja. Achsschenkel. 12 Zoll rechte Seite, 12 Zoll linke Seite. Brauchen wir da zwei jeweils oder einen? Was brauchen wir? Achsschenkel. Brauchen wir einen oder zwei? Die weiß. Die weiß. Ich weiß nicht, ob die vorne auch hin kommen. Achso. Dann weiß ich nicht. Ah. Zwei. Achsschenkel. Achsschenkel. Sonst nix. Basis, vier... 8 Zoll, 12 Zoll. Unterer Arm. Brauchen wir auch. Achsschenkel. 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 Hast du gesagt, Akschenkel, haben wir. War Arm haben wir. War Arm haben wir. So. So. Dann brauchen wir einen Motor. Mal die Kiste, was wir kriegen können. Das ist 12-2, aber ist egal. So. Brauchen wir CPU. Premium. Ein CPU, ein Steuergerät oder was? Ja, ja, ja. Wir warten ab, was wir da haben. Motorhalter, wie viel brauchen wir da? Zwei waren wir. War da zwei? Oder war da vier? Ich glaube, zwei. Ich habe jetzt zwei geholt. Einspritzen, weiß ich nicht, ob wir brauchen. Müssen wir gucken. Ob man da... Mal E2. Ich weiß nicht, was da ist. Müssen wir uns gucken. Wenn, dann holen wir eh die Performance rechts und links. So, Kühler brauchen wir bestimmt. Racing. Oder Mussel. Ach, Mussel. Racing oder Mussel. Ach, das ist ja geil. Was hat schnell für Ad. Brauchen wir keine an. Ach so. Schon mal Racing. Okay. So, dann haben wir Turbo und Turbo. Turbo. Turbo drin. Zwei den Total. Der kostet zwar 7k, aber ist egal. So. Was haben wir noch? Wo sind diese Rahmen-Teile überhaupt? Weiß ich nicht. Verbinder, die sind da, weil der Rest nicht. Überweg sein. Weil, das Problem ist, wir müssen ja jetzt mal was aufräumen. Das ist ja. Ja. Ich bin mir in der Dämpfer schon gespannt. Die Dinger da. Scheiß, Dämpfer kann man nicht ablegen. Och, kann man. Jetzt. Red, Dä. Red, Dä. Hier? So ein Ding. Hier hat es die Vorderachse. Hier ist die Hinterachse. Red, Dä. Ich dachte, die sind vielleicht im Lager irgendwie. Da sind ja noch Sachen unterwegs. Die meisten Teile haben ja nur zwei Stunden gebraucht, die ich jetzt bestellt habe. Ach so. Na ja, Expresslieferung. Hm. Gut, jetzt müssen theoretisch acht Teile auf einmal kommen. Hier zumindest sehe ich. Weil mir jetzt sind vier noch drin. Eins. Lass mich ja alles wegräumen. Start hier in Kühle. Na, Kühler, komm mit. Sonst mal. Ah, hier ist ein Kühler, den holen wir auch mit. Ja, alles mitholen. Da kann ich hier vorne hin. Oh, das ist ein Dat hier. Was? Das ist ein Turbo. Ah. Turbolader. Müssen wir gucken, ob es noch einen Ladeluftfühler gibt für das Ding. Ach, Hauptsache, der pfeift. Der pfeift. Ein Performance-Teiler da. So, da müssten jetzt eigentlich... Ah, hier ist ein Rahmenteil. Oh. Okay, äh. So kann ich mir jetzt ablegen. Ah, jetzt. Das ist hinten, okay. Was ist der vordere Rahmen? Das kann ich dir nicht sagen. Was nur, dass das auf jeden Fall schon nicht funktioniert mit den Verbindungsteilen. Na gut, dann müssen wir halt andere kaufen. Ach, stimmt. Der vordere Rahmen fehlt noch. Ah. Ja, toll. Wo rennst du jetzt hin? Der gehört hier hinten hin. Der muss ja irgendwie hier raus, sonst kann man den eigentlich nicht montieren. Ich kann ja sagen, warum. Also, noch ein Rundstück reicht, glaube ich, oder? Nee, noch eine. Mach mal. Er hat da netten Modus. Das ist das... Fahrzeugsteil ist rein. Da kein Fahrzeug. Oder kann man selber sogar nichts bauen? Doch. Muss ja gehen. Muss doch nicht. Ich vermute mal, da muss man wirklich irgendein altes Schrott-Ding erst haben oder so, weil man umbauen kann. Aber in dem Sinne, in dem Sinne ist das hier ja nix. Das ist ja... Ja gut, aber jedes Auto wird ja so angefangen, ne? Ja, aber dafür muss es das vielleicht erstmal an Anfang geben, wenn das Spiel das macht. Da fehlt vielleicht der vordere Rahmen noch, der nicht auftaucht. Da ist doch ein Teil ist noch unterwegs. Ja, das wird der sein. Bei mir sind halt noch vier unterwegs. Wenn wir so eins unterwegs sind, wird der Motor sein. Der ist auch noch nicht da. Warten Sie mal. Ah. Was, ah? Geh mal weg da von der Bühne. Kannst den Rahmen auf die Bühne packen. Ah, ja, guck mal einer an. Der hintere muss auch... Da kann man den so ansetzen. Ja, sind die Verbindungsstücke... Ne, warte, 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 warte. Ne, ich kann den hinteren ansetzen. Ja, aber wenn die Verbindungsstücke nicht dazwischen sind, ist das halt noch ein kurzer Wagen. Das ist richtig. Die Verbindungsstücke, oder? Okay. So, hast du? Ja. Okay, äh, ein Schraubgerät. So. Da muss man nicht schrauben, der ist noch gesteckt, der Wagen. So, das ist ein Steckmodell, das ist klar. Ja. Hinterachse kann man noch nicht reinmachen. Was hat hier? Oder Achse. Die kann man reinmachen. Oder Achse passt schon, aber mal hoch. Vielleicht muss man ja nur von unten schrauben. Das ist ein Schraubgerät. Das ist ein Schraubgerät. Nee, in allgemein nicht, da ist schon wieder, das Fahrzeug hat eine andere Höhenkonfiguration. Nee, warum? Das ist alles 12 Zoll. Das passt aber nicht. Muss passen. Nee, muss es nicht. Der Motor. Hatten wir da damals schon mal das Problem mit dem Motor. Gibt es nicht. Ach, den habe ich auch bestellt. Was? Ja. So, Transferwader. Aga. Das ist der Motor. Also, Fehler müssen wir andere gucken. Das gleiche Problem. Man kann nicht an diesem Fahrzeug anbringen. Gleiche Problem wie damals immer. Hier habe ich übrigens einen Motor hingestellt. Ah. Das ist süß. Kann man da ein Turbo schon dran schrauben? Oh, Turbo ist dran. Irgendwie so gar nicht. Was hast du? Jammerlappen. Wo ist denn das? Hä? Wo ist denn? Ja. Da ist er. So. Vorne ist dran. Vorne ist dran. Schrauben bei deinem Motor. Sagst du, geht mal nicht. Hast du gesagt. Meinst du, den Motor kannst du anschrauben? Nee, geht nicht. Die Federn gehen halt nicht, weil die halt da nicht dazugehören. So, vor der Achse haben wir drin. Was zeigt das denn an bei den Federn? Warte, wo sind die Federn? Konfiguration. Was sind die Federn hingemacht? Wir liegen da. Jetzt will ich nicht mitmachen. Warte, ich guck die. Guck den Rahmen. Das war der Titanrahmen, gell? Ja, ja. Teile schon. Äh, wo war das Aufhängung? Ahn. Da steht doch gar keine Höhenkonfig dabei. Ja, aber es muss ja irgendeine Vorgabe geben. Da vorne. Da in Basis. Basis rechts. 12. 8 Zoll. 12 Zoll. Hast du... Sind da 12 Zoll Federn? Ich sehe nicht, du hast die bestellt. Ja, dann guck doch mal. Ja, wie soll ich denn da gucken? Das steht doch dran. Ach ja, hier 12 Zoll, ja. Dann mach 8 da. Mach mal. Das Motorhebergerät ist kaputt. So, ist bestellt. Aber dann halt den hoch und runter machen. Seite hier. Das musst du von der Seite machen, glaub. Ja, geht halt nicht. Irgendwie in einem ganz tiefen Loch. Ja, so. Zum Beispiel mal von unten reinpusten. Da fehlt ja noch einiges an dem Motor. Ich glaub, den können wir erst mal machen, wenn das Ding so weit zusammengebaut ist. Der Motorheber. Ja, ja. Du hast den Motor hier und nicht da. Ja, weil der muss da ran. Warte. Transfer. Nein. Da kannst du den nur ins Lager transferieren. Ach so, mach mal den Turbo runter. Der muss erst runter. Erst runter. Okay. Okay. Das kommt mir nicht an. Was hast du denn nicht an? Ich geh nochmal neu rein. Ah, jetzt. Beim Lager. Hier, was soll? Was soll doch am Lager? Ja, ich versuch den grad irgendwie da rüber zu pricken. Nee. Der geht doch auf den Part-Holder. Ja, ich sag doch, er geht da drin nicht. Muss man per Hand irgendwie machen. Oder das? Wann den hier auch fahren, den Part-Holder? Nee. Das ist halt grad das Problem. Dann nehmen wir mit dem Motorheber auf. Das Gerät muss irgendwie höher hier. Warte. Okay. Hm? So weit war ich auch schon. Warum kannst du das machen und ich nicht? Ich weiß noch. Wie geht denn das? Das klingt ein Maustast. Leicht er das an, oder? Ja. Fakt nur nicht. Und da, ne? Warte, hat mir glaube ich letztes Mal schon mal, dass das nicht hingehauen hat. Nee, nee, das hat schon funktioniert. Ah, jetzt könnte ich das machen. Guck an. Weil der muss, auf jeden Fall muss der irgendwie... Warte, 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 warte. Nee. Muss ran. Äh, mach mal ein bisschen hoch. Mach ein Stück hoch, ne? Bisschen. Ja, warte, 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 warte. Ich seh das nicht, weil mir haut das nicht hin, die Animation. Ja, ich sag ja dafür. Noch ein bisschen. Gut. Geht halt nicht. Der Kette noch länger. So, jetzt ist er aber richtig drin. Ganz oben. Was ist denn dieser... Äh, positioniere den Kran in der richtigen Höhe, um den Motor zu verbinden. Drück- und Halter-RMT gedrückt, um die Bahn abzunehmen. Aber doch. Aber dann muss der Turbo da doch ran. Nee, nee, nee. So. Haben reingehängt. Ach, Diesel-Brider hat einen NMP schon seit Anfang an. Hi, German. Du kannst rückwärts fahren. Ist er drin? Ja. Okay, cool. Mit Turbo. So. So. Können wir ihn ablassen. Lassen ab. Lösen wir gleich einfach. Gehen not. So. Gehen not lösen.